und dann und dann stilte mir auch immer alle kühlt oder er hat es ist der ks-alber alle kreis ja aus dem kreis stil magst du kennst die das betrifft das betrifft ist die laden und sei du ein solcher hat er gar nicht sagt es heißt künstler KS heißt K-Kill-stil Und K-Esser heißt K-Kill-stil-er K-Esser? K-Esser Ja, ist ein Messer Ein K-Messer Was für ein Messer? Ich hab kein Messer gesehen Ja, aber der Max ist trotzdem ein K-Messer Ein Messer Ein...Killer Messer Oh, du bist toll, der K-E-La Ein K-E-La Du Stehler Du Stehler K-E-La K-E-La Was soll ich nicht? Lass mich hier raus! Äh, w-w-w-was? Max? Ja? Was hast du hier vor? Ich würd dir dein Schwert geben Hiiihihi Yapapapaduuuuuuuuuuuuuuuuuuu Das ist aber nicht das bessere Zeig mir das andere Dat zeige gedrede ich auch nix 1 × Eins ist nur 11% Damage 3% Grit Strike Dann gib mir des Wショ w-w du sagst du pod25 Ich bin der Akim-Fur. Du, Akim-Fur. Den Mero gibst du mir bitte auch wieder. Und damit ich weg. Was für ein Lack-Affe. Boah, dafür mache ich jetzt. Nicht den hier. Selbstmord. Doch, mache ich jetzt. Guck. Und du, Aris. Weil es sieht aus, ich stehe hier direkt neben dem Kalt. Also. Jetzt würde ich nicht klappen, wenn ich irgendwann einen Grund aufzube. Nein, wir haben nichts. Doch. Das ist eine ganz gute Meinung. Da, 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 da. Das ist ein Laufstück, wenn man bringt, ja. Da, da, da. What the fuck? Ich erwarte. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Das stimmt. Ich glaube, ich habe sie nur kein einziges Mal trafen. Ich bin wieder weit. Na, 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 na. Na, 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 na. Stopp. Das wurde Akku. Das ist voll nice vom Server, wenn das nicht mal wie rum wird. Angst. Das liegt nicht am Starver! Das Starver ist voll toll! Tabi, was anderes gehört... Oh fuck, so lang zum... Gib mir jetzt meine Rüstung, Julian, du Spaggot! Warte, ich muss erst mal das Fenster hier schließen. Alter, warum entfernst du alle facken? Ah, du bist so ein Schlaule. Wir tun Julian nie wieder einladen. Sind schon wieder alle da. Was ist das jetzt? Ja, die oben noch war. Oben sind da gar keine! Oh scheiße, er kotzt! Er kotzt mir immer! Ich brauch Leben! Ich brauch mehr! Kann man eigentlich nicht irgendwie spielen, rausschmeißen? Nein, das geht nicht! Ich bin gut! Ich bin sauber von Tod! Ich bin sauber von Tod! Ooooooooh! Ooooooh! Ooooooh! Ähm, gib mir... Max, du könntest mir jetzt auch gleich mal das restliche... Ähm... ...Hellstone Teilgeber. Piet, geh mal in den Machi rein und schmeiß mal Bumpel raus! Ich hab das Gefühl, du wirst kein Admin mehr sein bei Minecraft, aber... Du kannst schon die Höhle einfach forschen! Forschen! So seh ich aus! Ja, du brauchst doch Gold! Dann kannst du runterlaufen und alle Totenzongen sind statt da drunter zu... Max, du gibst mir jetzt ganz schnell das Hellstone, was da übrig war! Warum? Weil das mein Hellstone ist! Was würdest du mit dem Hellstone? Der Hellstone! Was brauchst du mit dem Hellstone? Ich bin die Spitzhacke! Was brauchst du mit dem Spitzhacke? Äh, ich bin hier der Spitzhacke-Meister! Mann! Ja, ich bin der Spitzhacke-Meister, Mann! Ja, ich bin der Spitzhacke-Meister, Mann! Hat jemand das gesperrt für mich? Ich will jetzt meinen Hals dauern! Für dich nicht, nein! Ja, dann kann ich auch nicht so cool sein! Bobo, Bobo, Bobo! Warum was hast du denn von Schwert? Bobo, Bobo, Bobo! Ich hab das da auch noch! Halt auf, hier! Das ist besser, wie meins ist nämlich! Nee, echt?! Da kriegst du! Jetzt! Achso! Kannst du kaufen! Nee, dann kriegst du vielleicht da... Da, 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 Humpe! Nein! Ich weiß noch! Ich weiß noch! Alter! Max, jetzt gib mir meinen Hellstone! Nein! So ein Arschloch! Gib den Zahn Hellstone, Olli! Schieß dich ab! Ich weiß noch nicht! Piu! 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 Warum kriegt der erst Magier ne... ne Pistole? Piu! Max, jetzt gib mir den Hellstone! Nein! Wenn er ne Pistole kriegt, dann behalte ich das Heißdorn! Piu! Du bist so ein kleines Kind, man! Piu! Du bist so ein kleines Kind, man! Da kriegst du ne Pistole! Piu! Würde ich nicht! Uh! Ich hab ja Pistole! Ihr klickte vor dir rum! Ja! Juhu! Ich hab' ihn wieder her! Ich hab' ihn wieder her! Ich hab' ihn wieder! Dann gib mir... Gib mir den Obsidian! Aber ich hab' ja zum Glück nur ne Muskex! Gib mir den Obsidian! OBSIDIEN! 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 Was brauchst du Obsidian? Äh, für Hellstone vielleicht! Nein, du kriegst's nicht! Ich will erst meine Rüstung voll! Nein! Jetzt gib mein Obsidian! Mach einen! Du hast doch ne Rüstung! Du bist so ein... Du bist so ein... Also, hey! Jetzt gib mir das Obsidian, Mann! Du bist so... Jetzt gib Herz einfach! Okay, die Verteilung! Mach' ma' PvP rein! Ich steh' mit mir! Und mit Pistole! Richtig! Das äh... Bis dann ich meine Rüstung hab! Jetzt... Max! Auf! Gib mir doch das blöde Obsidian! Nein! Sammle Obsidian! Das hab ich alles nicht gesammelt! Also wer... Nein! Ich hab da über 40 Stück selber gesammelt! Wenn 3 sie streiten, fällt sich das vorteil... Also wer Max' Einstellungen echt scheiße findet, der schreibt's bitte in die Kommentare! Yes! Ja, ich hab'n Phönix Plaster! Yannick! Was? Da fehlt fein die Tür! Ich behalte dein Obsidian, dafür kriegst du einen Phönix Plaster! Ach, den Phönix Plaster dann bitte! Was ist das? 13! 13! Ähm, die verbesserte Form von der Handgang! Dann gib her! Das ist blöd! Die ist blöd! Die ist nicht blöd! Doch, die ist blöd! Die ist fast blöd! Wie schnell die schießt! Oh! Okay, sie ist auch nicht blöd! Jetzt gib mir das Obsidian, Mann! Jetzt gib mir das Obsidian, Mann! Pfff! Reiß' dir gleich dein Kopf ab! Jetzt gib's doch einfach! Du kriegst auch mein Rest, die Hellstone dann! Was brauchst du eigentlich, das Obsidian? Ich will mir bloß... ...ne Hellstone-Spitzhage machen! Ja, dann komm her! Ich bin doch schon da! 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 193! Übertreibet! Ja, 193! Ich hab halt ein bisschen gefarmt! Ich ging jetzt jetzt so andere Leute hier! Ich hab verdammt! Ohne dummen dagegen rumlaufen und sterben! Geil, Julian! Huh? 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 Was? Ich doch nicht! Ist Bobo eigentlich da? Ja, das ist Bobo! Bobo! Spreng sie da unten mal wieder selbst in die Luft! Nein, weil da kanns... Max, hast du noch ein bisschen Hellstone? Okay, ich will vielleicht dein Peep-popieren! Höh, was? Nein, es geht nicht mehr aus! Was? Brauche ich... Brauche ich für... Okay, ich komm zu dir! Aber was brauche ich... Ey, was brauche ich denn alles für Hellstone, ähm... 4 Gags! Ja! Hellstone! Ja, Hellstone habe ich 34 Stück! Das reicht glaube ich nicht! Nein! Aber es reicht nicht mal für eine Axt oder so! Ah, jetzt schwebt so ein Bobo rum! Ja, du kommst jetzt wieder... Wer hat's jetzt eingesammelt? Was? Die Obsidian Skin Potions! Wer hat mit rechts oder links klick? Ich sicher nicht, ich hab voll! Ich sicher nicht, ich hab voll! Ich sicher nicht, ich hab voll! Ach, wer hat... Bobo eingesammelt erhorscht! Rechtsklick oder linksklick? Rechtsklick um rauszuwerfen! Die gibt's jetzt in Pete! Und der kommt mir jetzt runter in die Hölle! Zwei! Und? Ich hab dir drei gegeben! Ich hab bloß zwei! Humpe! Okay! Egal! Ja! Hat niemand PPOP an? Ist ja langweilig! Okay, komm her! Nein! Geht weg! Ah! Go away! Hey! Ich kann dich trotzdem nicht töten! Ja! Schatz, so los! Keine, komm! Da ist es! Leute, jetzt hast ich's minimiert! Jetzt ist's abgestorzt! Ja? Warum? Oh oh! Ach nee, oder? Bei mir ist's abgestorzt! Ja, dann bis gleich würde ich mal sagen! Achso, ich schlage grad'n Pete dort! Der geht gar nicht kaputt! Der steicht grad mit drauf! Der ist nur da! Aber bei mir stand drin, dass ein no longer at the party ist! Kannst du Englisch? Hä, wieso? Ich kann dich gerade... Stopp! Ich kann dich nicht schlagen, wieso kann ich dich nicht schlagen!